und damit begrüße ich euch bei der wohl letzten folge von der session die fünfte im bunde es viel los wieder am start natürlich immer noch eric und lakut fünfte folge ist glaube ich ein high score ich habe noch nie fünf folgen im stück aufgenommen lakut ist dabei nicht gestorben er hat sich ich habe ich kann weg gedreht oder da kommt wieder was das ist der zera oder kano ist ein kano ich vermog mich oder bin ich wieder das war geil wir sind wieder am start aufnahme ist direkt angemacht worden ja ich hatte dir eben auch geschrieben also 33 kanus und 3zeras habe ich aber wieder gelöscht gucken guck mal im chat was der eine schreibt 3 kanus und 3zeras kennt kill me lak plus ein hundert also weiß ich nicht es kann oder zera stärker bei zahl herr wegen dem passiven darf von ihrem bis hallo wenn die kopf an kopf stehen der kano und ansonsten eigentlich ja der rüni der wollte die ganze zeit schon bei uns rein ja können wir ja machen das problem ist wenn die jetzt annehmen passen wir alle rein ja acht stück aber seine farbe gefällt mir besser als deine eric das grün leuchtet mehr es ist richtig dunkel und leuchtet mehr grün warte wo sind die zera oder zera zera choink jetzt oh der süße aber der baby dahinter ist so sweet ja komm rein da mit dem truss hier oh guck mal so klein war ich auch mal da schmeißen da habe ich schmeißen in den kopf boah jetzt sind wir aber eine gang hier aber eric ich glaube wir sind am größten ne der coach hat mich eingeladen ne ich warte mal wieso haben wir hä wieso war ich raus ne wir haben wir jetzt mit den anderen in der gruppe sind deshalb alles lasseck weil wir jetzt acht stück sind naja wir haben richtig hier richtig party nein und ok also bald muss ich echt essen und trinken ne meine roten punkte roten punkte genau drei punkte gehen langsam zur neige ich bin bei 92 prozent bei das will ich in der folge noch die 100 prozent ich auch noch bei 92 ey jetzt muss bei 99 prozent sterben ey bei 99 prozent sterben dat wär ja mal richtig geil das wär richtig kacke ah los oh da sind drei striche dat drei striche du bist auch verloren ne also das ist mir jetzt mal 20 TH das ist halt drei punkte und zwei striche in einem au der verungert und verdorstet gleich uh ok dann also ich warte noch bis die eine drei punkte TH von mir vorbei ist dann kann ich ach nee das ist alter sagt er soll das ding aus dem mund nehmen der lockt die dinger die ganze zeit zu uns wer na der eine der hat das fleisch im mund die ganze zeit achso der trussian der alter wo gehst du hin der lockt die ganze zeit die zerras und so zu uns zum s leut russia hat gar nichts im maul ich sehe die ganze zeit dann irgendeiner von denen ich sehe nämlich wie die zwei striche vor mit euch gerade weglaufen dann ist das ein anderer gebirg das erste ist auf der anderen seite na delta ja wir gehen jetzt auf jeden fall trinken ne lakut das ist also falls du Durst hast solltest du mitkommen wär vielleicht vom vorteil ich weiß es nicht ja ich komm wieder zurück zu euch gar nicht der ganzen sache vertrauen ne ich hab keine ne das ist normal von delta kurz äh ausdauer das ist auf delta lifestyle abonniert da passt nichts mehr so dann komm ich mal bei mir hat er noch ein fleischstückchen im mund das ist bei mir nicht oh ich brauch striche ach mentos ja bei mentos sieht man aber auch dass er regt dass du deutsch bist das ist immer angeben hab ich damals auch immer gemacht bei ugo shoot mach ich aber nicht mehr da hinten ist 2- aber diesmal wirklich echtes 2- wo Wo? Wo ist der hinten? Da wo? Ja, einfach straight in die Richtung, wo Maximus ist. Ah, Maximus, Rexus. Ach nee, wart mal, der war vorhin schon da. Ah, bei mir daraus haben wir noch ein bisschen, bis die Punkte weg sind. Zwei Strich könnte Dilo, Stego oder... Ryo sein. Ja, bei mir daraus noch ein kleines bisschen, was weg ist. Aber ich würde das so süß, wenn die trinken und diese Geräusche machen, ne? Ja, ich rieche jetzt keine Striche mehr. Ne, ist gerade verdorben. Ach so, fuck. Aber da hinten sind jetzt drei Punkte, sehr viele sogar. Lauf in die Richtung. Und ein S ist auch dabei. Ja, da wo dieser Gebiet ist, Bedürfnisgebiet. Ja, ich rieche jetzt auch gerade. Drei Punkte und S. Problem ist, was hieß nochmal Ausdauer auf Englisch? Stamina haben wir da. Ah, Stamina, natürlich. Stamina. Ist so ein geiler Cut weißt es also. Ja. Ich habe es gleichzeitig gesagt. Stamina, ach so. Wir werden besterben. Oh, Cera tot. Ja, ist Stamina. Ja, da liegt ein... Das sind Serras. Slow. Das sind zwei Serras. Drei. Drei. Ja, das sind die von vorhin die ganze Zeit wahrscheinlich, oder? Die haben sich hier ein Nest gemacht. Mit Fleisch, also. Verdammt. Aber sind so viele, da kann man bestimmt einer ablenken. Warte mal, warte mal. Hier sind drei Punkte. Ah, das ist ein Cera. Hab ich doch gesagt, das ist ein Cera. Wie bekommt man denn seine Ausdauer am schnellsten aufgeladen? Hinsetzen, ne? Ja. Ja. Wieso, wie sagst du das gerade? Ne, ich frage, weil meine Ausdauer war komplett weg. Ist schon... freudig. Ah! Wir sind so hübsch. Aua. Das hat mich getroffen. Hm, was denn? Cera. Wurde gebissen. Das Problem ist, kann ich mitmischen mit euch. Der kommt, der kommt, der kommt. Oh ne, der ist immer noch bei mir. Nummer 90. Pass auf, Erik. Du bist fast 100, ne? Ich bin deine 100. Ich bin 52. 96. Ich geh in eure Richtung. Wenn man normal geht, geht die Ausdauer auch hoch, ne? Ja, mit Z. Mit Z. Also dieses langsame Gehen. Oh mein Gott, das ist ja wie ein T-Rex. Ich... Ich will dieses S da hinten haben. Boah, wird nämlich gebissen. Boah, ich lauf jetzt zu euch. Ich bin die Kamera. Und genau, lenkt die ab, Leute. Da kann ich zum S gehen. Und nicht drauf springen. Ist so dämlich. Oh, jetzt... Wir schützen das... Alter, wir schützen dieses blöde S auch noch. Warte, die haben sich gegenseitig gebissen. Geil. Ja, hier ist noch ein Cera da oben. Lockt immer weg. Oh, da sind vier Ceras. Warte mal, irgendwie laufen drei Ceras hinterher. Nein, nein, die sind zurücklaufen. Die beschützen das Essen. Pia Ceras. Hab ich gerade geschrieben, oder? Ja. Oh mein... Ohhhh. Jetzt hat ein Kackvieh auf mich gesprungen und hat mich geblutet. Ist er geblutet? Ja. Er hat mich angebrannt. Ja, da ist... Da ist... Ich sehe ein S aber, gell? Wird angezeigt mir hier hinten. Wo... Zicka 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 hinläuft. Sie ist der vollhardy. Und tut der das? Ja, der vollhardy. Was denn? Warum schon nie was? Ja, ne, so ein kleines Kackvieh. Ich weiß nicht, was das ist. So ein kleiner Mini-Raptor, sag ich jetzt einmal. Er hat mich angebrannt, gebissen und weg. Brodon. Ja, kann sein, ja. Ja, der macht Gift und geht weg. Das machen die immer gern. Ist aber nicht die feine Englische. Ich glaub nicht, dass er Engländer ist. Also, ich bin bei... 96,4. 53. 98. Aber ich brauch trotzdem gleich zwei Striche. Gott, gibt's zwei Striche. Ah, immer noch. Ich brauch gleich einfach nur Essen. Ich brauch Essen zwei Striche. Der Maximus Wechsel. Sieht voll geil aus, ne? Ich bin voll, wenn meine Ausdauer gleich mal wieder voll ist. Weil es ist ja so nervig ohne Ausdauer, ne? Delta. Hast du gesehen? Ja. Ja, ich hatte Spackungen gehabt. Der hat sich im Kreis geredet. Ja, ja. Aber das ist eigentlich das wie immer. Ah, okay. Ich finde eher... Ich seh keine Veränderung. Ah, okay. Ich hab schon sagen gemacht. Er jagt seinen Schwanz. Ja. Wie ein Hühnchen. Oh Gott, ey. Ich hab leider immer noch... Ich bin immer noch da, gell? Boah, ich kippe nur mal aus vom S. Abfahrt hat ja so viel... Geh doch mal, ey. Die positive Geschichte ist ja, meine Ausdauer fühlt sich negativ. Ich bin immer noch im Bluten. Mann. Halt jetzt. Das ist ein Kreras, alter. Ich nerven. Wir gehen woanders hin, das hat keinen Sinn. Wann krieg ich eigentlich dieses scheiß Kreuz? Hä? Ja, ich hab... Ah, ist weg, ist weg. Okay. Das Heilungsding, das kam gar nicht. Aber ich blute nicht mehr. Ist weg. Also... Also ansage ich, diese S von den Ceras kriegen wir schon mal nicht. Das könnt ihr vergessen. So. Ja, ich war ja noch nicht da gewesen. Aber warte, warte, warte. Da hinten ist ne S und da hinten ist ne S. Sind sogar zwei Ss. Boah, hier? In die Richtung? Ne, hier, hier. Wo ich schon laufe. Da sind zwei Ss. Ja, ja. Boah. Da hätt ich immer so'n blöden Matschügel hoch. Glaub ich den hinterher, der ja so oft gestorben ist? Gute Entscheidung, Greta? Ja, ja. Ja, ja. Doch, doch, doch. Guck mal, ich bin hier. Ss. 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 Ne, ich bin jetzt nicht hier wieder ausdauert. Ss. Ss. Ich vertrau dir mal. Und... Ich bin hier. Ss. Wo sind die? Da. Ja, okay. Wo bist du? Hä, sind die hin? Ja. Da, essen. Ich guck mal, ob das stimmt. Glaube ja. Ich... Aber ich... Mir fehlt ein D, das am besten wären die zwei Striche. Geh ich hier nicht. Also, dann ess ich das Ss. Na, ich ess das dann sowieso. Aber irgendwie fühlt sich das nicht. Ich glaub... Irgendwie ist das so zensiert, als hätte das irgendwas Schweinisches, weil das ist komplett zensiert. Also, das hab ich nicht bearbeitet. Das ist komplett... Ah, ein ATS-Organe. Bei uns. Das Ding. Ja. Aber... Irgendwie kann ich dich nicht grade... Hä? Bei uns. Das sieht sich aus, gell? Bei uns ist es. Ja, ich komme. Wenn das nicht schon weg ist. Wenn du glaubst. Das sind halt nur diese kleinen Räder. Geben nicht viel. Oh nein. Das ist ein Bug. La Quo. Ich hab jetzt... Komplett scheiße. Jetzt hab ich die ganze Zeit S in der Fresse und bin... wie ein Radar für die anderen. Nee, nee, nee. Das haben die anderen ja... Wo ich dachte, der eine hätte gehabt, hätte der... Er hat gesagt, da ist nix. Das ist nicht nur du so. Großes. Leute. Ja, schwierig. Bei FCVS. Aber dann kann ich jetzt nicht essen. Ich glaube, ich hab das Problem jetzt. Ja. Nee. Kannst du knacken. Oh mein Gott. Ach, da kommt jetzt ja was. Ich will doch mal essen und fachs. Ich hab das immer noch im Mund. Im Mund sein. Ja, okay. Ist ja so nicht weg. Oh, Erik. Mutig. Mutig. Oh, ich hab einen Spielfehler. Kann ich essen die Knochen. Was für Knochen? Nicht essen Knochen. Na gut. Das ist doch... Warum ist der Knochen? Weil es vielleicht schon... Oh, toll. Zu spät. Es ist nicht gut, wenn wir zu viele in einer Gruppe sind. Ich kann das nicht weg. Ich hab einen Spielfehler. Ich kann auch nicht angreifen. Jetzt hab ich richtig Problem. Einer will dazu East Plains. Ja, kann man da irgendwas machen? Also schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen Tipp habt, wie man das lösen kann. Weiß nicht. Ich seh so viele Essens, aber kein... Ich hab die ganze Zeit was im Mund. Und ich kann nicht angreifen. Ich kann nicht essen. Reconnect. Gut. Ja, nur das... Ja, das... Aber Leute, ganz ehrlich. Ich seh überall Essens. Ja. Und mein Kuh geht nicht. Ich kann nicht riechen, wenn ich was im Mund hab. Guck mal, ich weiß quasi von den... Ähm. Woher hab ich die zwei Striche? Was? Ich hab zwei Striche, Symbol. Ja, ist es grau oder weiß? Grau, aber das heißt... Also vorhin war das leer. Das heißt, irgendwo hab ich gewissen, wo zwei Striche waren. Ja, irgendwo hast du zwei Striche gegessen. Ja, Knochen. Ja, Knochen. Nein, Knochen sind nicht gut für dich. Ihr wart ihr auch zwei Striche. Ihr wart ihr S und zwei Striche. Ich krieg das nicht, was wird. Ich krieg das nicht, was wird. Kann ich das denn? Ah, du weißt doch. Jetzt... Jetzt kann ich wieder beißen, ja? Oh nein, das wird's nicht. Aber... Ich will deren Ess haben. Da. Oh, ich kann wieder riechen, aber hab's immer noch im Mund. Kann hier irgendwas essen? Was ist denn das? Da ist gleich... Gleich krieg ich einen von diesen Raptoren, ne? Die klauen die ganze Zeit S. Ich glaub, ich hab ein S im Mund, das... Du hast gar nix im Mund. Laut Anzeige. Nee, ich weiß, aber ich kann nicht. Ich bin komplett verbuggt. Nee, ich kann nichts essen. Dann musst du reconnecten. Oh, man. Das ist wirklich kacka. Kannst da hinten Lack holst aber auch S, ne? Wo ich gerade hinlaufe. Oh mein Gott, fass auf. Ich versuch... Ja, ich versuch die ganze Zeit diesen... Nee, kann nicht wahr sein. Ich hab nen Spielfehler. Aber... Vorhin konnte ich auch nicht essen. Aber wenn ich zum anderen Kadaver gelaufen hab, konnte ich wieder essen. Nee, ich hab die ganze Zeit ein Fleischstück im Mund. Dein Deckel? Geht nicht. Ich drück G, alles... Geht nicht. Aber wenn ihr's nicht seht... Das sieht eh ganz komisch aus. Also, bei mir hast du nix von. Dann ist das n... Dann ist das n Bug bei dir. Dann musst du neu starten. Leider. Ist sehr ärgerlich. Kann ich euch denn wenigstens was Erfreuliches sagen? Ja, 100%. Bin ausgewachsen. Ja, ist doch gut. Geht mega. Geht mega. Dann... Steff mal dreimal und dann... Der ist bewegt sich, also... Ah... Warte, ich sag... Zera... 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 Ja, da oben. Ich seh die. Da sind die vier Zeras, du Held. Hast doch toll gemacht. Pfff... 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 Ich sterbe immer wegen euch. Hm? What? Nein. Guck mal ne Familie, wo ich nicht die ganze Zeit sterbe. Guck mal, Erik und ich... Ausgewachsen. Den Kano hätten wir auch geschafft. Bin ich sogar sicher. Hm? Baby Kano. Ne, ich war bei 80%, Erik glaube ich bei fast 50%. Hm. Bei 740. Also... Es äh... War sehr gut. Ey, ist das ein erster, den du den auf 100% geschafft hast? Ja. Aber ich hab auch noch nicht so viele Folgen, ne? Muss man auch bedenken. Kannste nicht mit POT vergleichen. Geh mal weg, ne? Ja, du Füßhai. Und hoff ich so? So. Was läuft denn da? Er ist ärgerlich, ich hab den ganz weißen Mund. Ja, hier dieser FCVS auch. Ja, aber ich glaub der hat was richtiges im Mund und kann es noch steuern. Ja, aber dann soll er es mir geben. Ich würd da gerne auch meins einfach hinlegen. Hm. Ich töte diesen roten hier gleich. Ne. Jetzt auch das... Irgendwie, keine Ahnung. FSK 18 wäre so verpäxelt ist es bei mir. Ja, wenn ihr das seht in der Folge, das ist schon... Ist ein ganz schwarziges Fleisch. Aber haben wir jetzt anscheinend echt das ganze Gebiet hier übernommen? Nein. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ne, dann würd ich sagen, dann war das jetzt ne knackigere Folge, weil es hat jetzt keinen Sinn, bevor ich hier sterbe und reconnecten, wir wissen alle, ich brauch 100 Jahre bis ich wieder hier bin. Hm. Dann würd ich sagen, hiermit beenden wir die Folge. Aber auf jeden Fall ein großes Danke an euch beide. Es waren 5 megageile Folgen. Ja, ich muss wirklich sagen, alle Folgen waren gut, definitiv. Aber wo du dich erschrocken hast, war schon genial. Hm. Ich meine, der Zwischenpunkt bei mir zwischen den beiden Folgen, zwischen Folge 1 und 2 beim Tod war auch geil. Ja, ja. Das stimmt. Aber schon wird. Ne. Dann würd ich sagen, wir verabschieden uns. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn euch das Format gefällt, wie gesagt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, ist kostenlos auf dem Discord-Joint. Link ist in der Videobeschreibung. Das sag ich leider immer ein bisschen zu selten, aber wisst ihr Bescheid. Dort gibt's dann auch zwei Admins, wie zum Beispiel Mentos und Lakut. Aka natürlich Mentos. Ne. Die empfangen euch dann ganz freundlich, individuell mit dem Satz. Okay. Und unatemlos natürlich auch. Ne, darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Dann würd ich sagen, mit den geilen Sonnen... Ah, ist noch nicht Sonnenunter. Wie spät haben wir's denn? Oh, wohl doch. Fast 19 Uhr. Ja. Ist schon... Es sieht stark aus, ne. Das liebe ich hier. Dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.